Starke Frauen gefragt zu aktuellen Themen unserer Zeit. Thema heute Talkshows. Also Talkshows finde ich total nervig. Ey, die rufen ständig bei mir an. Und die von Vera am Mittag, die nerven am allermeisten. Mal wollte sich meine Mutter bei mir entschuldigen, mal wollten zwei meiner drei in Frage kommenden Väter mir versichern, dass sie jetzt clean sind. Dann wollte mich mein Sohn kennenlernen. Ich habe echt keinen Bock drauf. Ich kenne ihn doch ja nicht. Ich war ja auch mal da eingeladen, weiß ich noch. Zu dem Thema, alle blonden Frauen sind doof. Da habe ich bei so einem Test mitgemacht. Ich musste mir eine schwarze Perücke aufsetzen und so Rechenaufgaben lösen. Ja, und dann haben die festgestellt, an der Haarfarbe liegt es gar nicht. Schwarzhaarige Frauen sind genauso blöd. Hätte ich denen aber auch schon vorher sagen können. Nee, also Talkshows sind wirklich das Allerletzte. Ja, Leute, man muss die armen Menschen, die da ihr innerstes nach außen kennen, doch vor sich selber schützen. Ich meine, ich erzähle doch auch nicht im Fernsehen, dass ich die große Liebe meines Lebens im Bett mit meinen Eltern erwischt habe. Scheiß 68er-Generation. Wegen dem Mist habe ich drei Selbstmordversuche hinter mir. Aber das erzähle ich doch nicht im Fernsehen, Leute. Also... Applaus 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 Vielen Dank.